Mein Name ist Eva Waller, ich bin die Präsidentin der Hochschule Rhein-Main, die dieses Jahr die Ehre hatte, die Hochschulmeisterschaften im Golf auszurichten, hier im schönen Golfpark Itchstein im Golf & Country Club. Wir sind sehr dankbar, dass die Hochschule Rhein-Main diese Ausrichtung übernommen hat, die Deutschen Hochschulmeisterschaft, die natürlich besonders in diesem Jahr, das sind unsere ersten Wettkämpfe wieder nach der Corona-Zeit und da freuen wir uns überhaupt, dass wieder sowas möglich ist. Emily, Charlotte und Anjana. Super. Mein Name ist Wolfgang Wick, ich bin hier Marschall im Club und bin heute hier als Starter tätig. Marschall, die Aufgabe ist letzten Endes Aufsicht des Spielbetriebs. Ich spiele jetzt zum ersten Mal mit und es ist wirklich ein cooles Event. Momentan sind wir auf dem dritten Platz, haben auf den zweiten kaum Rückstand und auf den ersten schon einiges. Da haben die Mannheimer Leute bis jetzt sehr stark gespielt. Wir haben mal Golf bei den Hochschulen eingeführt und freuen uns, dass sich immer mehr Hochschulen bereit finden, also auch dort mitzuwirken im Rahmen des allgemeinen Deutschen Hochschulspunkverbandes. Super Atmosphäre, hatten einen tollen Abend gestern und ja, habe bisher eine 72, also eine Paarrunde gespielt, damit in Führung, konnte natürlich so ein bisschen meine PS auf die Straße bringen. Oh, 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 oh. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr hier wart, dass ihr einen wunderbaren Eindruck hinterlassen habt, auch bei meinem ganzen Golfpark-Team, die sich alle sehr gefreut haben, euch heute hier zu bewirten, gestern euch zu bewirten am Hafehaus. Ich habe super positive Rückmeldungen bekommen, dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz tolle Leistung. Ich will mich auf jeden Fall bei der Hochschule Rhein-Main bedanken und an den ADH für die Organisation dieses Turniers. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier heute vorne stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der erste größere Erfolg für mich, deswegen freue ich mich riesig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.